Herr Müller, trotz Ukraine-Krieg, stark steigender Inflation und Rezessionsgefahren konnten sich die Märkte wieder recht schnell berappeln. Wo sehen Sie mittelfristig Chancen und wo Risiken für die Aktienmärkte? Ja, ich glaube, die Märkte kamen erst mal gut unter Druck Anfang des Jahres. Dann hatten wir die Erholung gesehen, die rein technisch getrieben war. Sehr viel kommt hier von den Optionsmärkten und von der Positionierung und den Nöten der Optionshändler. Also wir sehen das, was wir auch letztes Jahr schon gesehen haben, dass die Bewegungen immer stärker werden, eben durch die Terminmärkte getrieben. Sei es der Weg nach unten, aber auch die Gegenbewegung beschleunigt sich extrem. Also wir haben sehr, man kann es mit dem Schiff ausdrücken, wir haben alle Passagiere auf einer Seite des Schiffes. Das neigt sich böse nach links. Wenn die dann anfangen, auf die andere Seite zu rennen, rennen alle auf die andere Seite und dann neigt sich das ganz extrem nach rechts. Und so geht das momentan hin und her. Das heißt, wir haben sich beschleunigende Märkte in jede Richtung und das führt eben zu stärkeren Bewegungen. So war auch die Gegenbewegung jetzt stärker, als man das bei den Rahmendaten, die wir haben, erwarten musste. Aber es hat sich auch sehr schnell wieder gelöst. Wir sind jetzt schon wieder auf den Tiefs, die wir schon im Februar gesehen hatten. Und das heißt, es geht jetzt hier im März, sorry, und es geht jetzt hier weiter nach unten. Also es ist weiter Druck drauf. Wir sind eine ganz spannende Marke bei den amerikanischen Indizes. Und jetzt entscheidet sich, ob es wieder zu einer Gegenbewegung nach oben kommt, ein Rebound oder nach unten durchbricht. Also extrem spannende Situation. Die Märkte feuergefährlich. Aufgrund der steigenden Zinsen müssen die Aktienrenditen, also das, was man als Anleger in Aktien mit dem Unternehmen verdient, aufgrund seines Geschäftsmodells, nicht aufgrund der reinen Kursentwicklung, deutlich anziehen. Und da rechnet man das, was das Unternehmen verdient, auf den Aktienkurs. Und nun, wenn die Zinsen immer weiter ansteigen und ich für sichere amerikanische 10-jährige Staatsanleihen 3% Zinsen bekomme, dann will ich von meinen Aktien, dass die ja riskantes sind aufgrund der Kursschwankungen, dass die natürlich mehr Rendite abwerfen als diese 3%. Heißt, mit jedem Prozent, denen die amerikanischen Zinsen nach oben gehen, steigt der Druck auf die amerikanischen Aktienmärkte, noch höhere Renditen abzuwerfen. Naja, und das geht auf zwei Wege. Entweder die Unternehmen verdienen viel, viel mehr Geld, als man bisher erwartet hat, oder die Kurse müssen runter. Und wir sehen jetzt aufgrund der schwächenden Konjunktur, dass die Gewinnerwartungen sogar gesenkt werden. Also müssen die Kurse noch weiter runter, damit für den Anleger die Rendite wieder stimmt. Das heißt, allein aus dieser Berechnung, die reine Börsenmathematik ist und gar nichts mal mit irgendwelchen Prophezeiungen zu tun hat, müssen die Aktien noch massiv nach unten in den nächsten Monaten. Naja, und dann kommen natürlich noch die Themen, auf die Ukraine-Krieg, Rezession oder sogar Stagflation etc. Nicht nur die Wirtschaft, auch die Aktienmärkte in Europa hinken den US-Märkten hinterher. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Das hat natürlich ganz klar auch mit der Ukraine zu tun. Wir haben hier einen Krieg im Herzen Europas und der droht, zu einem Weltkrieg zu werden, der zumindest in den ersten Monaten, wenn dann auf europäischem Boden geführt wird. Das muss man ganz klar sagen. Selbst wenn dieser Krieg nicht kommt, die Sanktionen, die jetzt beschlossen wurden, die treffen Europa, nicht die Amerikaner, ganz im Gegenteil. Die massiven Rüstungsausgaben, die dadurch jetzt in der westlichen Welt entstehen, die kommen im Wesentlichen den amerikanischen Rüstungskonzernen zugute. Das Öl, das Gas, die Rohstoffe, die wir nicht mehr aus Russland beziehen, die werden wir in wesentlichen Teilen aus den USA beziehen. Also für Amerika, wie schon seit 100 Jahren, ist ein Krieg und Konflikt auf dem europäischen Kontinent ein Segen. Und so auch diesmal. Wir sehen deshalb, dass die amerikanischen Märkte sich deutlich besser halten. Vor allem muss man genau schauen, welche Unternehmen. Es gibt natürlich auch in Amerika Unternehmen, die massiv unter Druck kommen. Ich befürchte auch, dass sich das über einen ganz wesentlichen Teil der Aktienpalette ausweitet. Wir haben gerade beginnt es, bei den Big-Tech-Unternehmen zuzuschlagen. Wir haben ja schon bei Facebook und PayPal etc., die ja nicht so ganz klein sind, das schon in den letzten Monaten gesehen. Aber jetzt fängt das auch bei Amazon an, bei Apple, bei Microsoft, die jetzt unter Druck kommen. Und bisher, wir sehen seit Monaten, dass die Profis auch diese Aktien verkaufen. Wer kauft, ist die breite Masse der Retail-Anleger. Buy the fucking dip heißt das immer so schön. Und die merken aber langsam, dass die Hose eng wird und fangen auch an, sich von ihren ETFs zu trennen. Und das könnte dann zu einem sehr schnellen Abverkauf gerade bei den schweren Tech-Titeln führen, die jetzt jahrelang einfach nur blind gekauft wurden. Und das würde dann nach unten die Indizes beschleunigen. Also ich glaube, wir stehen vor extrem herausfordernden Monaten an den Börsen. Die Bundesregierung korrigiert wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und der internationalen Lieferengpässe die Konjunkturprognosen gerade kräftig nach unten. Was steigt, sind die Inflationserwartungen. Derzeit geht man von einem Preisanstieg von knapp 6 Prozent in diesem Jahr aus. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung bei Inflation und Konjunktur in den nächsten Jahren ein? Was hier passiert, ist vollkommen in Deckung mit dem, was wir eigentlich schon 2020 erwartet haben. Das hat gar nichts mit Ukraine zu tun. Ich hatte Anfang 2020, als die Covid-Krise begann und die Maßnahmen der Notenbanken, klar wurde gesagt, okay, das, was hier passiert, kennen wir bereits aus den 1920er Jahren in Deutschland. Diese massiven Gelder, die hier in die Märkte schießen, werden zwangsläufig zu einer Inflation führen, einer Knappheitsinflation führen. Und zwar nicht während der Krise, sondern in dem Moment, wo wir wieder aufmachen. Und das wird keine Leichtinflation sein von zwei, drei Prozent, sondern es wird eine sehr starke Inflation sein. Ich habe damals gesagt, wie stark werden wir nicht vorher sehen können. Es wird eine sehr starke Inflation sein. Ob die sich dann verselbstständigt zu einer galoppierenden oder sogar Hyperinflation werden wird, das wird dann die Situation zeigen. Und genau das, das konnte ich nicht zu Anfang 2020 sagen, weil ich hellsichtig wäre, sondern schlichtweg, weil es normale Abläufe in Wirtschaftsmechaniken sind, die man mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch prognostizieren kann. Deshalb ist das, was hier passiert, gar nicht überraschend. Es ist auch nicht den bösen Russen anzulasten, sondern schlichtweg der Notenbankpolitik der letzten Jahrzehnte und der letzten zwei Jahre, dass der Ukraine-Krieg das Thema jetzt nochmal verschärft, beschleunigt. Das ist der Fall. Aber es ist ganz sicher nicht der Auslöser gewesen. Und deswegen, ja, werden aus meiner Sicht weiter massiv steigende Preise bekommen. Wir werden eine abwirkende, sich selbst abwirkende Wirtschaft erleben. Und das kommt eben einerseits aus den Lieferengpässen nach wie vor aus China, aus den blockierten Häfen der USA, aus den nicht vorhandenen Gütern, aber natürlich zusätzlich auch aus den Rohstoffpreisen, die jetzt die Energiepreise, die jetzt explodieren. Viele Rohstoffe, die jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges zusätzlich nicht verfügbar sind. Also hier kommt wirklich alles zusammen. Im Amerikanischen sagt man so eine schöne Floskel, when the shit hits the fan. Also wenn die Scheiße den Ventilator trifft, dann sieht es im Raum übel aus. Und genau das haben wir im Moment. Die Scheiße trifft den Ventilator und man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Über haben wir die hässlichen Flecken momentan an Decken und Wänden und auf sonstigen Einrichtungsgegenständen. Die US-Notenbank will die extrem hohen Inflationsraten mit deutlichen Zinserhöhungen kontern. Das setzt auch die EZB unter Druck. Können Sparer wieder hoffen? Leider nein. Das, was hier passiert, entspricht genau dem, was ich auch im letzten Buch 2018 geschrieben habe. Die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten wird ausgelöst durch die steigenden US-Zinsen. Genau das, was wir jetzt erleben. Die Amerikaner erhöhen die Zinsen in einer Geschwindigkeit und einem Tempo, wie wir es seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Und das trifft auf weltweite Volkswirtschaften, die höchst verschuldet sind und die sich das gar nicht leisten können. Da können wir nach Japan schauen, nach China schauen, nach Europa schauen. Überall ist die Wirtschaft, ich sage mal, rund um die knapp über der Null-Prozent-Marke. Also wir haben die größte Schwierigkeit, wie es die Wirtschaft angeht. In Japan ist die Verschuldung des Staates bei über 250 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das gelingt ihnen nur, weil sie seit über 20 Jahren Null-Prozent-Zinsen haben. Jetzt fliegen in Amerika die Zinsen nach oben. Ja, was passiert? Die Leute leihen sich Geld für Null-Prozent in Japan, legen es für drei Prozent in Amerika an für den gleichen Zeitraum. Das ist ein Free Lunch. Logischerweise, wenn ich mir Geld in Japan leihe und es verkaufe, die japanischen Yen, um Dollar zu kaufen, kommt der Yen immer weiter unter Druck, wird immer schwächer, die amerikanische Währung stärker. Mit der schwächer werdenden japanischen Währung. Der japanische Yen bricht derzeit so stark ein wie seit 20 Jahren nicht. Und diese einbrechende japanische Währung sorgt für noch mehr Inflation, weil man natürlich Importgüter wie beispielsweise Öl mit US-Dollar bezahlen muss. Und wenn man selbst eine sehr schwache Währung hat, dann muss man immer mehr Geld davon aufbringen, um international was zu erwerben. Das gilt für Europa genauso mit unserer Null-Zins-Politik der EZB. Wir sehen den Euro abschmieren, als gäbe es kein Morgen mehr. Innerhalb von wenigen Monaten sind wir jetzt von 1,21 auf aktuell 1,05 eingebrochen. Die Parität, also 1 zu 1, ist in greifbarer Nähe. Und mit jedem Cent, die der Euro fällt, wird unsere Energierechnung höher. Und alles, was wir importieren, und das ist nun mal eine ganze Menge, von denen wir abhängig sind, Das bedeutet, mit den steigenden US-Zinsen und der Unmöglichkeit der westlichen oder der anderen Nationalbanken, die Chinesen gilt es ja genauso, wächst der Inflationsdruck in unseren Ländern. Und die Notenbanken sind hin und her gerissen zwischen, wir müssen die Zinsen anheben, um die Inflation zu bekämpfen, sonst kriegen wir ein Misstrauen in die Währung und eine galoppierende oder Hyperinflation. Und auf der anderen Seite, wir können die Zinsen nicht anheben, weil sonst fliegt uns der Staatshaushalt in Japan oder Griechenland um die Ohren. Das heißt, die Notenbanken sind jetzt so zwischen Baum und Borke gefangen und können sich jetzt in einem Dilemma nur zwischen zwei schlechten Möglichkeiten entscheiden. Und die Amerikaner sagen, das ist uns vollkommen egal, wir ziehen das jetzt durch. Und was ihr da draußen macht, geht uns am Bubbes vorbei. Man hat den Eindruck, dass hier alle konzertiert momentan daran arbeiten, die chinesische Regierung mit ihren Lockdowns, die Amerikaner mit ihren Zinserhöhungen, Europa hier in Ukraine, dass alle momentan daran arbeiten, das Auto hier mit Vollgas gegen die Wand zu fahren. Anders kann man es fast nicht beschreiben. Wir haben den perfekten Sturm. Und das, was hier passiert, na gut, man kann nicht in die Zukunft schauen, man kann nur Wahrscheinlichkeiten abschätzen und sagen, wenn das so weiterläuft, wie es momentan läuft, dann werden wir die größte Wirtschaftskrise seit 1929 bekommen. Gerne auch mit einer galoppierenden oder Hyperinflation. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt immer die Möglichkeit, dass es dazwischen neue Entscheidungen gibt, dass sich wundersamerweise der Ukraine-Konflikt auflöst, dass in China man von der Null-Covid-Strategie weggeht und die Häfen wieder freiräumt. Und wir bekommen in einem halben Jahr eine völlig andere Situation. Das ist möglich. Dann haben wir hier wieder fantastische Aussichten. Aber im Augenblick läuft nun mal alles mit Vollgas gegen die Wand. Entweder zieht einer schnell die Wand weg oder wir das Lenkrad rum. Aber wenn der Kurs beibehalten wird, ist das Ergebnis eigentlich klar. Der Goldpreis könnte in Mitleidenschaft gezogen werden, sollten sich die Anzeichen für starke US-Zinserhöhungen verdichten. Was glauben Sie, wird das Edelmetall seinem Ruf, ein guter Inflationsschutz zu sein, gerecht? Oder sehen Sie angesichts eines anziehenden Dollars und steigender Zinserwartungen auch Gefahren für den Goldpreis? Ich halte Gold nach wie vor für ein sehr spannendes Instrument. Und gerade in den jetzigen Zeiten fühlt man sich damit recht wohl. Denn Aktien und Druck, weil auch hier, es gibt natürlich Unternehmen, die sind auf All-Time-High und werden immer weiter steigen. Wir sehen dramatische Unterschiede in den einzelnen Aktien in den USA. Gerade einige etliche auf All-Time-High immer weiter steigen. Rüstungsaktien, Energieaktien, aber auch Johnson & Johnson beispielsweise, Pharma-Titel, die momentan sehr gut mit der Situation klarkommen. Andere, auch starke Unternehmen wie PayPal, kriegen unglaublich auf die Nase, 60, 70 Prozent Minus. Also wir sehen hier sehr, sehr große Unterschiede in den einzelnen Unternehmensbewertungen. Aber mit Edelmetallen natürlich das gleiche Spiel. Auf der einen Seite die Sicherheit. Wir sind immer noch an der 2000er-Marke, 1800, 1900, 2000, name it. Wir kämpfen darum, sind wieder an der 2000 abgeprallt. Im Moment kann es durchaus, ich kann mir vorstellen, dass wir noch einige Zeit Druck bekommen. Aber ich denke und hoffe es eigentlich auch, dass wir irgendwann den Durchbruch durch die 2000 bekommen und dann einen deutlichen Schub nach oben bekommen. Aber die Frage ist, kommen wir an den Punkt, an dem wir wieder eine Kreditklemme bekommen, an dem Banken in Schwierigkeiten sind, an dem die Menschen dringend Cash brauchen, um ihre Verbindlichkeiten zu decken, dann wird alles unter Druck kommen. Bis dahin wird Gold durchaus auch seinen Inflationsschutz gerecht werden, weil schlichtweg die Alternativen fehlen. Man kann einzelne gute Aktien erwerben, ja. Es werden wie der amerikanische Staatsanleihen etwas interessanter, wobei 3 Prozent Zins bei 7 Prozent Inflation ist jetzt auch nicht so spannend. Also die Leute sind händeringend auf der Suche nach irgendwas und da gehört Gold zumindest mal mit dazu. Man wird nicht all in den Gold gehen, aber es ist mit Sicherheit für viele heute mehr denn jene überlegen zu sagen, vielleicht sind so ein paar Unzen doch nie so verkehrt. In Peking warnen Behörden vor einem erneuten Corona-Ausbruch. Die Bevölkerung reagiert mit Hamsterkäufen. Viele haben Angst vor einer Abriegelung der Hauptstadt, ähnlich wie in Shanghai. Zudem wird das Land von den westlichen Staaten wegen seiner neutralen Haltung gegenüber Russlands Einmarsch in der Ukraine heftig kritisiert. Was glauben Sie, wie wird China mit diesen Herausforderungen umgehen? Also China ist momentan sehr, sehr schwer einzuschätzen. Vor allem die Aktivitäten, die China selbst unternimmt, sind für mich extrem irrational. Also sie sind mit Sicherheit rational. Nur ich verstehe die Zusammenhänge nur bedingt, muss ich offen gestehen. Denn die Lockdowns in der Form, wie sie sie machen, sich selbst praktisch die Gurgel abzuwürgen. Ja, natürlich, es hat diesen Inflationsdruck auf den Westen. Aber am Ende kommt es als bummerangvoll nach China zurück. Denn die steigenden US-Zinsen, auch das ist ein dogmatischer Satz meinerseits seit vielen Jahren. China die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte, vor allem was die Immobilien dort angeht. Und steigende US-Zinsen werden sie zum Einsturz bringen. Und die US-Zinsen fliegen durch die Decke. Chinas Immobilienmarkt kommt genau in die Schwierigkeiten, die damit zu erwarten waren. Chinas Wirtschaft kommt in die Schwierigkeiten. Kapital wird aus China abgezogen und wieder nach Amerika repatriiert, weil es sich nicht mehr lohnt, Geld in China zu investieren. Das heißt, Chinas Blase platzt. Und anstatt gegen zu steuern, wirken sie sich zusätzlich selbst ab. Also das ist offenkundig für mich nicht ganz nachvollziehbar. Es wird mit Sicherheit eine Strategie dazu geben. Aber mir erschließt es sich nicht. Ich sehe nur, dass China genau an die Wand fährt. Und das auch noch selbst verursacht. Ob das mit Machtkämpfen innerhalb Chinas zusammenhängt. Wir wissen, dass es zwischen den chinesischen Machtgruppierungen, einerseits Präsident Xi und seiner Machtgruppierung und den chinesischen Oligarchen der westlich Orientierten, die Firmenchefs der großen chinesischen Konzerne, die sehr westlich orientiert waren, die mit Xi ein Riesenproblem haben und den gerne loswerden würden. Ob das dieser Machtkonstellation geschuldet ist, hier steht in einigen etlichen Monaten im nächsten Jahr die Wiederwahl des Präsidenten an. Ob man hier wirklich sagt, wir fahren es gegen die Wand, um den Präsidenten loszuwerden. Aber das ist wilde Spekulation. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Ansonsten ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum China sich hier selbst in solche Schwierigkeiten bringt. Aber wir sehen nach wie vor den Konflikt Ukraine. Du hattest ihn eingangs angesprochen. Und da vielleicht auch noch meine Einschätzung dazu. Ich befürchte, dass es nicht bei diesem Ukraine-Konflikt bleibt, sondern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht heraus und meinen Gesprächen heraus, wird sich dieser Konflikt weiter ausdehnen. Wird der sich auf die baltischen Staaten ausdehnen, werden wir hier eine direkte Konfrontation mit der NATO bekommen. In welcher Form China eine solche Situation, in der die Amerikaner an der europäischen Flanke gebunden sind, nutzt, um in Taiwan vollendete Tatsachen zu schaffen, das bleibt abzuwarten. Aber zumindest muss man damit rechnen. Kurzum, im Moment ist unglaublich viel, was sich da gerade in diesem Topf zusammenbraut und was eigentlich sehr, sehr wie auf Schienen nach vorne läuft. Und das macht einem leider keine gute Stimmung für die nächsten Monate.